heute sind wir wieder da jetzt machen wir mal dieses missionier neue herausforderung dieses dorf musste mir zerstören strategie arbeit machen wir heute plan machen wir ja erstmal flammenwerfer bist du hier ja dann kommen wir mal diesen bereich hier es ist einfach leute hier muss man jetzt auch mehr nicht unsere arbeit da gut machen soll so arbeit da gut machen natürlich müssen wir mit klar machen mit pola mit arbeitern mit bahn und wir müssen halt körperlich gehen und dann hat er wir müssen schlau sein wir müssen schlau sein wenn wir schlau sind dann kriegt das schon dann geht das schon warum denn nicht wir müssen arbeiten wir müssen vorher machen wir müssen jetzt spiel den leute als wir brauchen jetzt drache feuer drache muss jetzt arbeit leisten vorgesehen leistet arbeit ein vortrag arbeit leistet ein salz einfach ihr seht vortrag ist am fliegen macht überall fernstung da hinten sind noch hexen hexen mexen dexen das ist so easy diese drauf zu schlagen leute ihr könnt das gleiche machen wie ich dann wird das auch schaffen tak 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 so einfach war das leute so einfach war das somit ist das erledigt somit ist das erledigt leute ja